Erzähl mal, was bewirkt den Präsidenten des 1.Nationen Berlin an einem Montagmorgen für die Mannschaft zu sprechen? Sicherlich die Partei in Matuschka oder gab es noch andere Gründe? Ja, natürlich, weil ich habe mir schon berufen geführt, ein paar Dinge klarzustellen, weil es wurde ja viel beschrieben. Wir schreiben etwas, die Presse schreibt etwas und es ist ja wichtig, dass die Mannschaft weiß, was wirklich ist und nicht ihre Informationen aus der Zeitung entzieht. Und was ist wirklich? Nein, ich war ja heute Morgen auch überrascht über die Medien, weil ich habe gestern Abend mit Tusche und seiner Frau zusammengesessen, haben die Pressemitteilung abgesprochen, Tusche hätte was anderes sagen können, Tusche hätte gar nichts sagen können. Also das ist das, was Tusche letzten Endes bestätigt hat und er hat mir nicht gesagt, dass er schon nebenbei mit der Presse gesprochen hat und deshalb war ich ein bisschen überrascht über diesen Unterschied zwischen dem, was in der Presse steht und dem, was er mir gesagt hat. Und das habe ich der Mannschaft eigentlich nur gesagt, weil mir schon total wichtig ist, dass die Mannschaft weiß, was tatsächlich passiert. Hat sich heute noch einmal verabschiedet? Waren Sie da auch mit Ihnen noch einmal sprechen können? Nein, nein, wir beide haben uns gestern verabschiedet und auch sehr herzlich verabschiedet und umso überraschter und enttäuschter war ich heute Morgen. Aber das war ein bisschen frustrierend, möglicherweise? Also menschlich Enttäuschungen, dass Spieler, die nicht spielen, enttäuscht sind, dass er enttäuscht ist, dass seine Zeit bei Union endet, dafür habe ich 100% nicht verständnis, das ist ganz klar. Und dass es auch unterschiedliche Sichtweisen gehen kann auf Dinge, dass jemand, das Tosche jetzt vielleicht anders sieht als ich und er sieht es anders als der Trainer und er sieht es vielleicht anders als die anderen Spieler, die ja auch verwundet sind, das ist vollkommen verständlich. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber man sollte dann immer letzten Endes bei der Wahrheit bleiben. Und ich kann nur erinnern, Norbert Dübel hat zu seiner Vorstellung in der Pressekonferenz gesagt, für ihn sind 27 Neuzugänge da. Jeder Spieler, er kann keine Rücksicht darauf nehmen, ob jemand schon neun Jahre hier ist, vier Jahre da ist, sondern er wird immer nur, und das verlange ich auch von ihm, das ist ein Auftrag von der Vereinsführung, wirklich immer aus der Aktualität heraus versuchen, den besten Kader aufzustellen, die beste Elf zu nominieren und versuchen, die Spiele zu gewinnen. Also wenn wir nach Anzahl von guten Spielen und Vereinsführung aufstellen würden, dann würde ich hier Platz hier und Tofi spielen haben oder Detlef und Elli, weil die sind schon viel, viel länger. Oder ich würde den Christi Quiering hier, der ist schon seit der C-Junk hier, der ist schon 15 Jahre hier. Also wenn es danach geht, wer wie lange hier ist, wer daraus ableitet, Anspruch zu haben auf einen Stammplatz, der ist falsch beim 1. FC 0. Es würde nie wieder jemand zum Verein kommen, wenn er das Gefühl hat, dass hier arbeitet ein Trainer, der Spieler, die schon länger hier sind, anders behandelt als Spieler, die neu kommen. Wir würden gar keinen mehr bekommen. Also ich behandle Sebastian Poitler genauso wie Michael Pahrensinn. Wenn es um private Sachen geht, wenn es um Dinge geht, die außerhalb vom Fußball sind, natürlich ist das persönliche Verhältnis zu Spielern, die schon länger hier sind, anders, als ein Spieler, der neu da ist. Das ist doch ganz klar. Aber wenn ich merken würde, dass Norbert Bübel aufstellt aufgrund von Vergangenheit, weil einer in der letzten Saison elf Tore geschossen hat, deshalb stellt er ihn auf und nicht ihn aufstellt, weil er jetzt heute im Training oder in der taktischen Ausrichtung der richtige Spieler ist, dann würde er sicherlich ärger kriegen mit der Vereinsführung. Und ich finde es traurig, wie gesagt, dass er so gekommen ist, aber Norbert Bübel hat hundertprozentig unsere Rückendeckung und er hat den Auftrag, genau das zu tun, was er jetzt tut, die Mannschaft sportlich näher aufzustellen. Und das kannst du noch mal wiederholen. Wir hatten sehr, sehr gerne mit Thorsten zusammen gemacht. Fuscher will eben sicher spielen und nicht warten, ob er vielleicht spielt. Das ist seine Entscheidung, die haben wir am Ende respektiert. Warum sieht das, dass da einiges trotzdem schiefgelaufen ist zuletzt, die letzten zwei, drei Wochen in der Kommunikation? Nein, ist es nicht, sondern schiefgelaufen ist etwas inspirierender bei euch, weil ihr nach dem ersten Spieltag ein Tuschefass aufgemacht habt, den Trainer vom allerersten Spieltag unter Druck gesetzt habt und ihn eigentlich gar nicht habt klar arbeiten lassen. Ihr habt ihm gar nicht die Chance gegeben, jeden Spieler, jede taktische Variante auszuprobieren, sondern insbesondere Sie, Herr Karkos und ihr Verlag, haben mich auf Herrn Dübel eingeschossen, wahrscheinlich wegen der komischen Urgeschichte. Ich habe heute nur geschmunzelt, als ich das gelesen habe. Dass das ja nicht Tusches Worte sind. Tusche tut mir dann nur leid, dass er nur von heimgegangen ist. Also das ist die Schiefe gegangen innerhalb des Vereins und das ist die Schiefe gegangen von Anfang an. Und da werden wir auch daraus lernen, das ist gar keine Frage. Da werden wir unsere Schlussfolgerung rausziehen. Tusches ist unter Druck gesetzt worden. Dann kam noch sein Kumpel Christian Beek, der ihn noch aufgefordert hat, doch ein bisschen lauter zu sein. Dann kam ihr, die Dübel unter Druck gesetzt habt. Und das nach dem allerersten Spieltag. Da muss man sich mal reinziehen. Also das war so unfair gegenüber den anderen Spielern, die hier neu waren, die genau die gleiche Chance, wie Tusche zu erwarten haben vom Trainer. Das ist richtig mies gewesen. Das ist auch meine Meinung. Weil ich glaube, dass er erst noch ein zweites Spieltag hat. Oder er hat sich nach dem Düsseldorf stehen. Nein, nein, nein. Also wo er dann nicht zum Einsatz gekommen ist. Ja, warum hoch? Das ist doch nicht schlimm. Und nach diesem Gespräch, der hat mich ja gestern darauf angesprochen, hat Norbert Dübel mit Tusche gesprochen, hat ihm erklärt, warum er es getan hat, das auf 4-3-3 umgestellt hat und so und und. Passt zu Tusche nicht, ist in Ordnung. Er war mit der Entscheidung des Trainers nicht einverstanden. Aber wenn wir, der Trainer hat mit niemandem so viel gesprochen, außerhalb des Rasens, wie mit Thorsten Matuschka. Nicht im Sinne von Thorsten Matuschka, er hat ihm nicht immer zum Mund geredet. Sondern er behandelt jeden Spieler gleich und das erwarte ich von ihm. Weil Tusche ist für mich nicht der Held als Arbeitgeber, wie für sie oder für die Fans. Sondern ich habe jeden Spieler im Verein gleich zu behandeln. Für mich steht immer der 1. FC Berlin an allererster Stelle. Nicht ein einzelner Spieler. Und wenn ich merke, dass einzelne Spieler sich anders behandelt fühlen wollen, als alle anderen Spieler, dann haben wir ja Probleme zu bekommen. Da sind wir nicht unschuldig dran, das ist ganz klar. Wir haben ja Tusche auch immer wieder nach vorne gestellt und ihn zu einer Ikone auch entwickelt. Also nicht er hat sich dazu entwickelt, sondern wir haben ihn dazu entwickelt. Und jetzt müssen wir damit leben auch. Damit lernen wir auch leben. Und da werden wir auch nicht dran kaputt gehen. Herr Zingler, weil Sie gesagt haben, die Medien haben daraus Druck gemacht. Aber ich meine, beim neuen Trainer, wo Sie sagen, die stehen voll dahinter, dann muss der doch auch die Freiheit haben, aufzustellen, wen er will, ohne dass er sich da was von den Medien annimmt. Absolut. Hat er ja auch nicht. Hat er ja auch nicht. Aber Sie haben eben gesagt, dass... Tanek hat ja nur die Atmosphäre beschrieben, die erzeugt wurde. Und das ist für einen neuen Trainer, der hierher kommt und eigentlich mal jeden Spieler gleich behandeln will, schwierig. Weil ihr die Spieler nicht gleich behandelt. Ihr habt eure Lieblinge, die ihr mit Informationen versorgt. Und ihr habt ja Spieler, die ihr nicht mögt. Das ist euer Thema. Aber ich schütze natürlich einen Trainer, der das bitte nicht tut. Und so eine Atmosphäre herrschte letzten Endes. Ja, und da war für ihn total schwer, in dieser Atmosphäre zu arbeiten. Und wie gesagt, ich werde ihn da immer schützen. Wird das jetzt leichter? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass jetzt eine Erleichterung in der Mannschaft da ist. Ja, dass das Theater endlich vorbei ist, dass das endlich über Sport geschrieben wird, über die Mannschaft, wie über den 1. FC Union Berlin geschrieben wird, und nicht über den 1. FC Matuschgeld geschrieben wird. Und ich glaube, die Mannschaft ist erleichtert, ja. Aber das habe ich eben auch gespürt. Und wie die Mannschaft reagiert hat, alle sind froh, dass sie sich endlich wieder auf Fußball konzentrieren können. Aber Tosche war ja auch ein Schutzschild. Zum Beispiel, weil es 0-4 hat am Wochenende ja niemand mehr gesprochen. Ich hätte lieber über 0-4 gesprochen. Viel, viel lieber. Lass uns doch mal über Fußball reden. Na, so viel Fußball war ja am Freitag nicht. Wieso? 90 Minuten. Könnt ihr ja schreiben, dass wir schlecht gespielt haben. Und so könnt ihr alles schreiben. Ihr möchtet doch eine objektive Berichterstattung. Schreibt, wenn wir scheiße bauen. Und schreibt, wenn wir was gut machen. Aber fokussiert euch doch nicht immer nur auf eure Wunschthemen. Ihr berichtet doch gar nicht mehr über das, was ist. Wondern ihr berichtet nur noch darüber, was ihr denkt. Aber die Leute, die Leser der Zeitung wollen doch nicht wissen, was Herr Matze-Koch denkt. Die sollen wissen, was bei Union passiert. Aber das ist alles kommentiert. Ihr berichtet nicht mehr... Wir sind ja keine Maschinen, die jetzt irgendwie... Ach, aber wir, ja? Aber wir sind Maschinen oder was? Nee, aber ich sage auch, bestimmte Dinge wollen Sie ja anders dargestellt haben. Und wir sehen sie aber anders. Das ist ja eine logische Natur der Sache, dass wir nicht immer die Vereinsspieler aufhaben können und so berichten, die Union dafür stellen. Ich möchte eine objektive, kritische Berichterstattung. Berichtet, was wirklich ist. Berichtet einfach, was wirklich ist. Nichts anderes. Er hat zum Beispiel Torsten Matuschka auch wirklich eine faire Chance. Er hatte genau die gleiche Chance wie 25 anderen auch. Er hat versucht, sich möglicherweise da auch zu profilieren als Trainer, als neuer Trainer. Das ist ja oft so, dass dann... Das ist in Ihrem Kleingreis zu dem Denken vielleicht vorhanden. Nein, vielleicht. Ich frage, ich frage. Er wäre so primitiv. Den größten Druck, den ein neuer Trainer hat, sportlichen Erfolg zu erzeugen. Wenn er überzeugt davon gewesen wäre, dass Torsten Matuschka ein wesentliches Element dafür gewesen wäre in den ersten vier, fünf Spielen, dann hätte Tuschka 590 Minuten gespielt. Also Sie glauben, dass aus Opportunismus der Dübel bei Tuschka rausschickt und sagt, dafür verliere ich aber. Das sind Ihre Worte. Ich habe gesagt, vielleicht. Natürlich nicht. Gleiche haben Sie mir bei Uwe Neuhaus mehrfach vorgeworfen. Natürlich nicht. Ein Trainer versucht immer pro Spieltag die Elf aufzustellen, die gewinnt. Der ist doch nicht doof. Aus opportunistischen Gründen zu sagen, Tuschka kann ich nicht leiden, da verliere ich eben lieber 4-0. Hauptsache ich bringe ihn nicht. Ich wollte mal sagen, Denken Sie wirklich so? Dass ich bei Uwe Neuhaus niemals zu Ihnen gekommen bin, denken Sie wirklich so, dass irgendjemand im Verein so denkt? Ich habe gesagt, vielleicht. Nein. Ich habe zuvor meine Fragen. Fragen dürfen auch nicht gestellt werden. Bei Selbstverständlich. Aber Antworten gebe ich dann auch. Nein, natürlich nicht. Und ich bin auch nicht bei Uwe Neuhaus zu Ihnen gekommen, habe gesagt, er würde sich bei Junkhörn profilieren. Also kann mich nicht daran erinnern. Ich aber. Dann stimmt das aber nicht. Vielleicht mal eine Abrede. Ich weiß, das ist ein emotionales Thema und ich bringe Sie auch Sie mit, und wir arbeiten noch mit dem Neuhaus zusammen. Ne, geht es nicht um Torsten Matuschka. Nochmal. Torsten Matuschka ist mir genauso viel wert wie jeder andere Spieler auch, wenn es um Fußball geht. Ich habe ganz angehellend im Verein. Für mich sind es ein Held Marit Lehmann oder der Klapp Schneebers. Das sind meine Helden. Die hier nämlich jahrelang umsonst gearbeitet haben, für den Hunger ihr Halt arbeitet. Ihr intonisiert immer Spieler, die ein Vermögen Geld verdienen. Ihr Profis sind, die heute hier spielen, morgen vielleicht vielleicht woanders spielen. Und so hat Torsten sich auch verhalten. Er war neun Jahre hier, jetzt hat er sich woanders entschieden. Und so betrachtet ich das. Das mag den einen oder anderen Fan nicht gefallen, weil Fans leben natürlich von Idolen, von, ja, der eine mag den spielen, der andere mag den spielen. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Aber ein Verein wird nie so handeln. Nie. Wir sind Arbeitgeber für diese Spieler. Wir sind Arbeitgeber für über 110 Angestellte. Und werde nie zulassen, dass meine Führungskräfte ihre Lieblinge haben oder weil jemand schon lange da anders behandelt, als der, der heute angefangen hat. Werde ich nie zulassen. Dann entfernen wir den 1. FC Union Berlin. Da ist ja auch nichts Ding zu sagen. Gut, dann sind wir das doch schön, wenn wir es doch eigentlich sind. Und setzt von Ihnen jetzt hin dazu der aktuellen sportlichen Lage. Macht Ihnen das ein bisschen Sorge? Nein, wir haben ja eigentlich damit die Rechte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil letzten Endes ein neuer Trainer, der eine neue Spielidee hat, der auf ein ganz anderes Konzept setzt. Das wäre der Glücksfall gewesen. Herkommen, neu machen, gewinnen. Dann hätten wir doch mal vielleicht heute auch alle nicht so emotional hier stehen. Nein, das ist ganz klar. Und wir rechnen sogar noch mit weiteren Schwierigkeiten. Du brauchst eine Zeit und würde mich freuen, wenn die Mannschaft sich selbst belohnt. Mir geht es gar nicht um den Trainer, sondern die Mannschaft muss. Mir geht es um den ganzen Sport, das gesamte Team. Die müssen sich belohnen und wir lassen sie arbeiten. Also jeder, mit dem wir gesprochen haben, auch Vorderverpflichtung von Norbert Wiebe, Vorderverpflichtung vor der Trennung von Uwe Neuhaus, hat uns gesagt, ja, das kann 6, 7, 8 Monate dauern, bis letzten Endes greift. Und wir würden uns wünschen, wenn es schneller zum Dreier kommt, jetzt ist gar keine Frage, aber es ist auch nicht so, dass wir in Panik verfallen oder sonst so werden lassen. Aber wir arbeiten, wir sehen, was er tut, die Mannschaft sieht, was er tut und deshalb haben wir da keine Panik. Und wir sehen, sind die Sorge, dass eventuell die Mannschaft auf unten reinrutschen könnte. Ja, natürlich. Das ist nicht ausgeschlossen. Die Frage ist natürlich, das ist nicht ausgeschlossen, dass sie in so einer Umbruchssaison auch gegen den Abstiegsspieler. Darauf sind wir vorbereitet. Also das kalkulieren wir mental und gedanklich mit ein. Und ich würde mich freuen, wenn wir alle auch das in Betracht ziehen und sagen, ja, vielleicht kämpft der 1. Session Berlin mal wieder auch eine Saison gegen den Abstieg. Halten wir aus. Also wir in der Vereinsführung halten das aus und ich glaube auch viele, viele alte Union werden das aushalten. Wir dürfen uns da auf diesem Weg noch nicht selbst zerfleischen. Wir müssen gucken, dass wir alle mal wieder runterkommen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Was hat sich schon sportlich auf dem Platz weiterentwickelt aus Ihrer Sicht? Es gibt keine sportlichen Einschätzungen. Die gebe ich, wie gesagt, nur in meinem Auto auf der Auswärtsfahrt. Aber ist das dann nicht gerade, also wenn diese Gefahr sehen Sie, dass das Team unten reinrutschen könnte, ist es dann nicht gerade wichtig, noch irgendwie auch erfahrene Ältere da zu haben, die dem Team dann irgendwie Halt geben können? Absolut. Wir sind viel zu alt, das haben wir uns von drei Alten getrennt, oder von einem Klub, oder von einem oder zwei. Und jetzt sagt ihr, ihr habt da gar keine erfahrene Leute mehr, also seid ihr nicht viel zu jung. Also das ist ja das Thema. Wir glauben, einen guten Kader zu haben, auch eine gute Mischung zu haben. Und das Entscheidende ist ja, dass Spieler Verantwortung übernehmen. Und es sollen ja eben nicht nur immer die über 30-Jährigen machen, es sollen auch Spieler machen, die 25, 26, 28 sind. Und ich glaube, die haben auch alle Erfahrungen, damit umzugehen. Also vielleicht hat ein Toni Leistner mit Abstieg mehr Erfahrung als Tusche. Haben Sie vielleicht, hat sich der eine Hand die Flächen versteckt hinter Thorsten Matuschka? Haben Sie der Figur Thorsten Matuschka, was Verantwortung angeht, in der Vergangenheit vielleicht? Ich glaube, da kann Christian noch eine Menge dazu erzählen. Christian Arbeit, ja, das haben wir, glaube ich, schon erkannt, insbesondere im letzten Jahr, dass also, auch wenn es schwierig war, na, tusche geh du mal, tusche geh du mal und 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 geh du mal mit der Presse. Deshalb hat er auch so einen engen Kontakt zu euch bekommen und deshalb gab es auch irgendwann nur noch Thorsten Matuschka in den Medien. Das war eine Entwicklung. Und da gebe ich mal der Morgenpost recht, die sagt halt, wir sind da nicht ganz unschuldig, weil wir letzten Endes vielleicht schon hätten eher gegensteuern wollten. Wir wollten es dieses Jahr machen, nochmal mit Tursche gemeinsam, nämlich, ja, diese Phase des Umbruches, das hat die begleitet. Er hat sich anders entschieden. Ich würde doch öfters mit anderen Spielern reden wollen, aber... Sie kriegen aber keine, wollen Sie jetzt sagen. Nee, manchmal, manchmal. Ich kriege schon welche, aber in der Regel dieselben sind es immer. Aber vielleicht nochmal, vielleicht wollen Spieler auch mit euch nicht mehr reden, wenn sie das lesen, was sie in der Zeitung lesen. Ja, das ist auch immer ein Geben und Nehmen. Also wir brauchen uns gegenseitig und ich glaube, das sollte fair und respektvoll ablaufen und die Leute, die Jungs haben da keine Lust mehr mit Medienvertretern zu reden, wenn sie morgens die Zeitung aufgeschlagen haben. Weil letzten Endes fühlen sie sich auch selbst angegriffen, sie fühlen ihren Verein angegriffen und so und und. ja, vielleicht sollten wir da alle einen Schritt mal zurückgehen und auf einen Reset-Knopf drücken. Bin ich sprichsbereit? Jetzt sind sie ja seit Jahren nicht sprichsbereit, aber hat noch nicht so richtig geholfen. Ist es in der Dübel auch bereit, um den Reset-Knopf zu drücken? Ich glaube, er muss gar nicht Reset-Knopf drücken. Er muss gar keinen Reset-Knopf drücken. Ich glaube, wenn er merkt, dass er objektiv behandelt und beurteilt wird und das wünschen wir uns jetzt alle, wie ihr sagt, dann wird der einsamte Verein sich auch so verhalten. Und wenn wir merken, dass das nicht der Fall ist, dann werden wir uns auch anders halten. Dann werden wir selbst berichten, weil wir glauben, dass unsere Vereinsmitglieder und unsere Fans Anspruch auf das wirkliche Unionleben haben und nicht auf das in den Zeitraum darstellen. Und deshalb werden wir entweder gut zusammenarbeiten oder immer stärker selbst berichten. Haben Sie denn jetzt noch mal den Kontakt zu Thorsten Matuschka gesucht nach dem Interview, was Sie gelesen haben? Wenn da irgendwie seine... Nein. Wird das noch kommen? Nein. Wie gesagt, da ist eine Menge Enttäuschung dabei von Tusche und ich glaube, dass es falsch war, dass er es gemacht hat. Rein professionell ist es falsch war, dass man sowas nicht tut. Insbesondere nicht das Angestellter des Vereins. Denn er hat es ja getan gestern vor der Auflösung des Vertrages. Er war Angestellter des Vereins, als er das getan hat. Er hat sich auch mit der Bild-Zeitung getroffen, als er Angestellter des Vereins war. Es ist unuprofessionell. Man kann Emotionen haben, aber er hätte gerne diese Emotionen auch mal intern ansprechen können. Also all das, was er gestern in der Zeitung geschrieben hat, hätte er mal sagen können. Hat er aber nicht. Mir hat er das bestätigt, was bei uns in der Presseerklärung drinsteht. Und das ärgert mich. Gibt es jetzt eine Geldstrafe? Wir haben uns nicht nachgenommen, wenn wir auch Angestellter des Vereins war. Da werde ich mal bei Herrn Kosch anrufen, müssen wir mal fragen, was er sagt. Der sagt, du mal ja. Noch eine Sache, aber beim Abschiedsspielen ist ja jetzt mal nicht absurd. Nein. Mein Wille, war von Anfang an, das haben wir gestern beide auch besprochen, Tusche und ich, diese neun Jahre doch bitte immer in den Vordergrund und in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die letzten vier Wochen. Das wäre ja albern. Aber da war natürlich der heute, der seinen Gästen ja auftritt, was heute gedruckt oder heute veröffentlicht wurde, sagen wir mal, nicht hilfreich. Aber ich werde immer eine richtige Gewichtung behalten, wenn ich auf Tusche zurückblicke. Ich werde immer die neun Jahre in den Vordergrund stellen und nicht die letzten drei Wochen. So früh, weiß ich noch nicht. Also kann auch, theoretisch kann es auch uns weh machen. Nein, hängt ja von Tusche selbst, von Cottbus ab und und und. Also, ich wünsche mir das, aber wann es sein wird, kann ich noch nicht sagen. Wird der Donnerstag spielen bei dem Wettbewerb? Nein, kommt Donnerstag nicht. Das haben wir gestern auch vereinbart. Auch aus Respekt vor dem Spiel an sich. Wir wollen, dass wirklich Biere und auch das Thema Depression in den Rückblick steht und nicht Tusche, sondern am Donnerstag konzentrieren wir uns alle auf dieses Spiel und auch Respekt gegenüber Andreas Biermann und auch Respekt vor dieser Krankheit. Vielen Dank, dass wir mich hier haben dürfen. Ja, ja, immer. Tschüss. Tschüss. Tschüss.